Wer ist eigentlich dieser C. Weselski? Männer mit Oberlippenbart sind gefährlich. Dazu ist er Dresdner, CDU-Mitglied und zweifach geschieden. Er selbst sagt dazu, wenn zwei kranke Menschen miteinander ins Bett gehen und ein Kind zeugen, dann kann dabei nur etwas Behindertes rauskommen. Man kann ihn bei all seinem Tun fast mit C. Ronaldo verwechseln, denn seine E-Mails signiert C. Weselski mittlerweile mit CW7. Klaus Weselski, sieben Tage Streit. Cher ist tot. Bitte Münze einwerfen. Egal. Keine Affenversuche mehr in Tübingen? Tübingen ist zuletzt für drei Dinge bekannt geworden. Erstens, die Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau à la Mumbai, Tigamazala. Zweitens, der amerikanische Student, der in einer Steinvulva hängen blieb. Und drittens, die Menschenversuche an Affen, mir als ehemaliger Tübinger, als ehemaliger bekennender Tübinger, tut besonders das Letztere im Herzen weh. Denn jetzt müssen die Affen wieder zurück am Sportinstitut. Vielen Dank. Sie erhalten hier für den Betwen. Und dann können die Affen. Sie nicht nur für ein Knoten und mit einer wohnen und die Dremel. Aber die Infosverden. Und dann müssen sie jetzt auch wieder zurück. Und dann müssen sie schon kennen.